Hallo und willkommen zurück zu NoMoria. Willkommen hier in der Festung. Wir bauen hier bereits an unserem Destillerieplatz hier vorne. Der Carpenter kann hier bereits seine Aufgaben erfüllen und baut hier sogar schon die ersten Gegenstände. Er baut jetzt aktuell an einem Stock. Den braucht er vermutlich für einen Tisch, für seine Möbel, die er herstellt, die dann hier vorne in der Destillerie benötigt werden. Aktuell habe ich mich gerade mal umgeschaut, was denn aktuell NoMoria kostet. Bei Desura gibt es NoMoria für 6,39 Euro statt für 7,99 Euro. Also jetzt in diesem Moment, also im späten Sommer 2013 bei Steam für 6,99 Euro und über den Pre-Order Humble Store, der ist über die Internetseite von NoMoria zu finden, da kostet das ganze 7,99 Dollar. Also bei Desura 6,39 Euro statt 7,99 Euro. Bei Steam 6,99 Euro und bei dem Pre-Order Humble Store 7,99 Euro. Also Dollar und nicht Euro. Ja, so wir haben hier Strohbetten und wir möchten ja gerne richtige Betten haben und wir sehen auch hier schon, ah, da ist schon das Apfelholz eingelagert, da das Birkenholz und wir möchten gerne Betten haben. So, die sind natürlich sehr wichtig, dass wir die als nächstes bauen. Möchten wir dann hier dem auch mal sagen, dem Carpenter, bitte baue Betten. Allerdings muss er natürlich vorher das hier fertigstellen. Und dann baut er gerade am Tisch, wie wir sehen hier, Carpenter, Table for Build Job. Der Build Job ist hier vorne, der Build Job. Das hier soll gebildet oder gebaut eben werden. Ja, und dazu macht er dann jetzt hier die entsprechenden Teile. So, hier vorne seht ihr, wird eine ganze Menge Holz abgebaut. Und da könnten wir eigentlich auch schon mal sagen, Forage for Food. Da nehmen sie jetzt hier alles an Pflanzen mit. Also Forage for Food ist eigentlich der falsche Ausdruck, denn das heißt hier Nahrungsmittel sammeln. Und, naja, Baumwolle zum Beispiel ist kein Lebensmittel, kein Nahrungsmittel. Das ist dann eben, naja, ist eben ein Naturprodukt einfach, ist ein Pflanzenerzeugnis. Ihr kennt ja alle Baumwolle und ist, dass man das nicht essen kann. Na ja, da muss man noch ein bisschen dran rumbasteln. Aber hier, da haben sie ja jetzt die ersten Erdbeeren gesät. Das ist schon mal sehr schön. Dann werden wir hier ganz viele Erdbeeren haben. Oh ja, hier werden bald welche kommen. Ja, das sind die ersten Reif. Sehr schön. So, da heißt es, dass sie die gerade... Na, Moment, hier vorne müssen sie auch noch Erdbeeren anpflanzen. Könnte sein, dass sie sich jetzt einfach drum kümmern um das entsprechende Feld, aber ist ja auch egal. Wir haben momentan sowieso keinen Platz für Nahrungsmittel. Ah, sieht man hier, da haben sie schon da die Saat rausgenommen für Erdbeeren. Dann machen wir das nochmal folgendermaßen wir stellen. Hier, genau, da vorne. Das soll ja unser Nahrungs-Stockpile werden, haben wir uns ja in der letzten Folge gedacht. Machen wir die dann nochmal hier. Stockpile nur für Nahrung. Und da bitte. Gut. Food. Wo haben wir es? Ich sehe es gerade nicht. Weiter unten. Gut. Bitte nur Früchte. Und nur Eier. Nur Fleisch. Und nur Würstchen. Ja, nee. Wir machen das folgendermaßen. Wir lassen hier nur Früchte rein. Früchte. Und... Ja, hm. Oder doch mehr. Wir lassen da doch mehr rein. Aber eben keine... Keine Saat mehr. Ah, hier zum Beispiel. Das ist wieder Weizen. Aber das ist dann Weizenbrot. Käse. Käseomelette. Oh ja. Und bei Getränken. Getränke bitte nicht. Okay. Denn die Getränke, die lassen wir jetzt mal hier vorne ein... da einlagern. Im Nebenraum. Und da machen wir dann ein Lagern nur für Getränke. Hier bitte. Nur Getränke. Drink. Milkwine. Genau. Okay. Ja. Können wir hier anklicken. Drinks. Komplett bitte. Okay. So. Dann haben wir hier wieder zwei wichtige Stockpiles geschaffen. Denn ich denke mal, dass jetzt eine Menge vor allem Pflanzen eingeräumt werden. Äpfel. Und ihr seht auch genau hier zum Beispiel das Fass. Das ist wahrscheinlich mit Getränken gefüllt. Und dann kommt das hier auch endlich mal rein. Draußen ist es ja nicht so schön, wenn man alles draußen liegen hat. Ja. Und hier die ganzen Äpfel, die können auch mal alle reingebracht werden. Dadurch, dass die ja jetzt abgeerntet sind, die Äpfel, können auch wieder neue wachsen. Sehr schön. Gut. Hier und das hier natürlich noch nicht fertig hier. Der, oh ja genau, der braucht ja noch seine Blöcke und Planken. Der Brunnen hier. Den brauchen wir aber eigentlich auch nicht, weil wir unsere Getränke ja hier beim... Ah, da ist er fertiggestellt. Genau, in eine Destillerie herstellen. Die stellt automatisch, stellt die jetzt hier Erdbeerwein her. Das ist gut. Das soll sie auch machen. Ja, weil wir momentan auch nur Erdbeeren haben, die hier zu Wein verarbeitet werden können. Dann sagen wir einfach mal... Was braucht ihr denn für den Tee? Ach, dafür braucht die Mushrooms. Also, ne Pilze. Und dann sagen wir mal... Klingt das mit nem Doppelklick? Klingt da, oder? Hm, warum krieg ich das grad nicht hin? Any Fruit? Ja. Ah, die stellt auch Wein aus Äpfeln her. Sehr gut. Ich krieg das grad nicht mehr da rein. In die Job-Schlange... Ich weiß gerade gar nicht, warum. Komisch. Naja. Okay. Mach auf jeden Fall einfach mal Wein. Wie war denn das hier? Da konnte ich das doch machen. Mit einem Doppelklick. Äh. Ach, unten kann ich's anklicken. Craft. Dies und das. Genau. Dann machen wir das hier auch nochmal. Stillerie. Craft Wine. Sehr gut. Und Bier. Und Tee. Und da sage ich jetzt... Repeat. Repeat. Und Repeat. Also, alles wiederholen. Er stellt jetzt so lange Wein her, bis der einmal Wein abgeschlossen hat. Dann stellt er so lange Bier her, bis er einmal Bier abgeschlossen hat. Also einmal Bier her, dann einmal Tee. Dann wieder einmal Wein. Dann wieder einmal Bier. Dann wieder einmal Tee. Dann wieder Wein. Dann wieder Bier. Und dann wieder Tee. Und bei Bier und Tee wird er feststellen, dass er keine entsprechenden Zutaten hat. Deswegen wird er momentan einfach nur Wein herstellen. Ja, das ist super, denn wir brauchen bald wieder Getränke. Langsam gehen hier zur Neige. So, jetzt können wir aber auf jeden Fall auch schon mal den nächsten Workshop bauen. Nämlich zum Beispiel hier den Loom. Der wird gebraucht, um Betten herstellen zu können. So, jetzt haben wir aber gerade gar nicht mehr so den Riesenplatz dafür. Müssen wir mal schauen. Da oben ist hier die Baumwolle. Dann sollten wir den hier oben natürlich auch errichten. Dann machen wir mal mein Wall. Und wir errichten hier oben noch so eine Kleidungsindustrie oder Manufaktur, kann man ja eigentlich eher sagen. Hier mit so einem Durchgang. Und dann auch hier unten ruhig noch einen Durchgang. Ja, kann man so machen. Viele Durchgänge sind vor allem wichtig, damit die Leute dann auch schnell aus ihren Betrieben raus können. Und schnell was zu essen und zu trinken holen können. Und schnell ins Bett gehen können. Ja, und dann sind sie da gleich fertig. Dann müssen wir nur noch die ganze Erde da mal rausholen. Hinten auch gleich mal. Müssen sie auch mal wegräumen. Draußen steht noch Milch. Die räumen sie gerade nirgendwo hin, weil sie keinen Platz dafür haben. Aber wir haben ja hier einen Stockpile nur für Getränke eingerichtet. Kontrollieren wir nochmal. Nur für Drinks. Genau. Dann sind sie wahrscheinlich einfach noch nicht dazu gekommen, die Milchkanne da rauszuholen, weil die ja jetzt gerade eine Menge zu tragen haben. Das hier hinten alles und dann die ganze Erde hier durch die neu angelegten Höhlen und Holz ist auch noch ein bisschen was da. Kann also durchaus mal sein, dass dann ein bisschen was liegen bleibt. So, dann möchtest du unbedingt schlafen. Dann lege dich mal schnell hin, bevor du da einschläfst. Ja, also Waldbären also wirklich Betten von Nöten. So, jetzt sehe ich gerade, dass ich gar nicht aufgeschrieben habe, wann ich die Aufnahme gemacht habe, wann ich angefangen habe. Na, muss ich mal schauen. Dann schreibe ich mir einfach mal was auf und hoffentlich ist das richtig. Eventuell wird die Folge dann ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer als gewohnt. Ich denke aber, die wird eher ein bisschen länger. Ja, ah ja, jetzt haben wir hier das erste Mal, dass da eine Milchkanne steht. Ach, sehr schön. Jetzt bringen sie da auch Jackmilch rein. Und die kann dann zum Beispiel in der Küche, kann die dann weiterverarbeitet werden, zu Käse. Sehr schön. So, dann können wir jetzt hier mal Bild, Workshop, den Loom. Danach den Taylor. Die stellen hier Stoffe her. Also er stellt den Stoff her. Der Taylor, der macht dann daraus die benötigten Matratzen. Machen wir dann halt direkt mal beide. Die sind beide nötig. Genau, und für den brauchen wir dann eine Knochennadel. Da müssen wir uns mal was einfallen lassen. Wo wir wohl Knochen herbekommen, ihr könnt euch das denken. Wir haben hier zwei Jacks. Müssen wir eventuell noch ein bisschen warten, bis wir ein drittes Jack bekommen. Denn, naja, wir brauchen die Jacks unbedingt, damit die sich vermehren. Für die Vermehrung ist es wichtig, dass wir zwei Jacks haben. Die müssen nicht unbedingt direkt in einem Feld hier zusammenstehen. Es reicht, wenn die irgendwo in offenem Gelände sind. Denn die Jacks, oder generell die Tiere hier, die vermehren sich über Bestäubung. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ist so. Also wenn wir hier irgendwo noch ein wildes Jack haben, würde das vollkommen reichen, um hier eins der anderen Jacks zu befruchten. So, da können wir mal kurz reinschauen. Haben wir denn auch, haben wir denn auch, haben wir denn auch zwei, zwei Jacks. Ein männliches und ein weibliches. So, Jackpasture, Animal, Jack, Food, AnyStraw, Stroh und WheatStraw, Weizenstroh. So, müssen wir mal schauen, dass wir auch mal Stroh bekommen. Ich mache jetzt mal kurz Pause, weil ich die Jacks gerade nicht angeklickt kriege. So, da haben wir einen Jack. Das ist männlich, kann man sich auch über die Gesundheit informieren. Das ist ein guter Gesundheit und über die Fähigkeiten. So, ein bisschen merkwürdig, aber das hat auch Fähigkeiten. So, und das hier ist, das hier ist weiblich und ist ein bisschen erschöpft, aber ein guter Verfassung. Ja, dann könnten wir mal schauen, wo kriegen wir denn Stroh her? Stroh, müssten wir das nicht auch irgendwo anbauen? Ich glaube schon, das müsste nämlich, ah, da hinten haben wir Stroh. WheatStraw, ich glaube, das müssen wir anbauen. Und das machen wir dann auch gleich mal. Agriculture Farm. Dann gönnen wir uns hier vorne eine Weizenfarm. Wheat. Ja, da wird jetzt Weizen angebaut. Ich glaube, wir haben nicht genauso viel Weizen, wie wir hier Felder haben. Aber das macht nichts. Die bauen dann eben hier nur ein Teil an. Und der Rest, der wird dann nachgeholt, wenn wir aus dem angebauten Weizen wieder Samen haben, die wir hier einpflanzen können. Und das wird dann immer mehr mit der Zeit. Und dann kann man das hier alles irgendwann komplett bestellen. Genauso wie hier bei den Erdbeeren. Das hat ja auch ein bisschen was gedauert, bis alle Erdbeerfelder gestellt waren. So, aber was mir gerade wieder einfällt, wir haben hier gar keinen Stein. Wir wollten den eigentlich abbauen, indem wir tiefer graben. Und dann hier mal rüber gehen. Und das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Und deswegen machen wir das jetzt mal. Wir haben hier unser Treppenhaus. Von da aus gehen wir einmal hier raus. Und ich glaube, nur auf der Seite gehen wir raus. Genau. Und dann bitte mal in diese Richtung graben. Müsste ja dann auch Stein zu finden sein, wenn sich dieser Steinkern hier bis nach unten entfortsetzt. Dürfte hier gleich... Ab hier dürfte dann Stein auftauchen. Und tatsächlich, da haben wir Stein und das Abbauen oder das Reinschlagen der Wege dauert hier viel länger. Machen wir das Ganze hier auch mal ein bisschen größer. Jo, machen wir das größer. Ja, wir machen das größer. Machen wir das mal so. Dann haben wir Stein. So, dann brauchen wir aber wieder einen Stockpile, in dem wir Steine unterbringen können. Das wird momentan alles hier untergebracht. Bei Goods, da wird jetzt Soil und Stone untergebracht. Momentan ist der Platz dafür noch da. Der reicht noch aus. Aber irgendwann müssen wir das ändern. So, und ich glaube, die holen sich tatsächlich hinten das Stroh selbst, weil die einfach keins hingelegt bekommen. Und das mag daran liegen, jetzt kommt mir wieder eine Idee. Das mag daran liegen, dass die kein... Keine... Dass die keinen, keinen Trog haben. So, dann müssen wir noch mal schauen. Ich glaube, da gab es sowas. Workshop vielleicht. Ich weiß es gerade nicht. Ich könnte mich da auch vertun. Könnte sein. Am Moment. Oder das war bei... Build... Furniture. Könnte natürlich... Da, der Trog. Der Trog. Der ist natürlich für die Tiere hier wichtig. Dass die hier auch was zu essen bekommen. Und weil die keinen Trog hatten bisher, haben die sich das Essen immer aus dem Lager geholt. Und deswegen sind die immer vorans im Lager umher marschiert. So, was braucht man dafür? Ein Trog. Und der wird vorher gestellt. Könnte er das hier machen. Könnte er einen Trog herstellen. Ich weiß es nicht. Das müssen wir mal sehen. Ansonsten macht das der... Der Woodcarver. Workshop. Wood. Und dann der Woodcarver. Der macht das dann sonst. Genau, der wird das machen. Der ist dann für die feineren Sachen zuständig. Ja, das lassen wir erstmal. Das brauchen wir gerade nicht. Na, ich möchte das nicht voran abbrechen. Was ist hier? Kein C-Job. Ja, ich kriege gerade nicht auf den Bruch hier. Na. Tja. Irgendwie. So, jetzt so. Na gut. So, und jetzt ist die Zeit vermutlich rum. Und, ja. Schätze ich jetzt einfach mal. Wir haben eine Menge geschafft. Wir haben unsere Stockpiles hier von dem Pflicht zum Laufen bekommen. Und wir haben hier einen Trog in Auftrag gegeben, der noch gar nicht gebohrt werden kann. Die Destillerie ist fertig. Und dann müssen wir uns zum nächsten Mal noch um Betten und so weiter kümmern. Da oben sind ja schon die entsprechenden Workshops dafür da. Für die Kleidung, die Matratzen. Ja, sehr gut. Dann hoffe ich wieder mal, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.